beitritt nicht möglich wird ja schon wenn das spiel nicht mal lassen würde das sah gerade echt smooth aus mit dem rückwärtslaufen ja zu dem zeitpunkt hatte ich schon okay gedrückt richtig also also ihr könnt ja dann danach jetzt nicht drückt bei euch allen ok und dann solltet ihr auch mit im game sein wie kam vielleicht hat nintendo spielerzahl erst mal auf zwei gedrossen das könnte durchaus möglich sein sie tasten sich einander an oder so die starren einander an eigentlich aber das war gerade so ein kräftemessen so ich war mein falcon punch in dem moment macht sie ihren donnerblitz das meinte ich das könnte ich mir auch durchaus vorstellen fehler code ja trouble das brauchst du nicht das brauchst du das braucht ihr nicht andauernd sagen dass sie fehler codes habt das ist mir bewusst die habe ich auch andauernd ihr müsst es nicht jedes mal bitte in den chat schreiben das ist das hat getroffen unglaublich green ist drin ok muss morgen schnell zum saturn das gegen holen auf jeden fall wie geht es denn eigentlich dem guten captain anu alles schickt bei dir ich warte immer noch sehnsüchtig auf kirby muss ich ja zugeben knapp daneben habe es erst auch erst ab morgen ja das ist ja kein problem also ich werde auf jeden fall sage ich mal auch so zwischenzeitlich noch mal immer wieder mal räume aufmachen auch wenn ich nicht im stream bin ouch das war gut fehler codes wollt ihr auch welche jeder tut das er wartet darauf nee aber an sich könnt ihr auch so gegen mich spielen ich bin halt nur nicht immer im stream also falls sie gegen mich antreten wollte das ist überhaupt kein thema hat sie nach der runde vielleicht dann ist mir schon neu starten vielleicht geht es dann vielleicht startest du dein smash neu ich meine bei mir ich habe gar keine probleme also von daher bitte ja ist klar ich gebe es auch vielleicht können wir ja in den nächsten tagen mal nachholen können wir durchaus machen heute versucht mal jetzt rein zu kommen also haben wir voll gibt mir voll auf die fresse sabi ist einfach zu gut sehr zeitig oder ich bin noch zu ungeübt wobei das geht eigentlich gar nicht ich habe eigentlich schon so viel gezockt aber es geht ja bei anderen auch nicht ja aber bei wie man sieht ich spiele gerade online gegen leute gegen sabi also funktioniert das wird an die server liegen richtig es müsste es gehen ich bin drin ja einige kriegen einfach die verbindung gerade nicht rein einige kriegen einfach die verbindung gerade nicht rein hier nimm das und freu dich damit danke sabi ist ein leute ihr seid alle leute ja ist klar durch das power habe ich das ding ausgelöst da war snipes weg was passiert so jetzt muss ich nur noch stornieren sortieren ich habe stornieren gelesen gg sabi ich komme gerade irgendwie nicht rein ich bin aber auch die ganze zeit so halb im chat ich sollte vielleicht nicht mehr aufs spiel konzentrieren also an zum 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 stars zum zum